Einen wunderschönen guten Tag, wann Sie auch immer dieses Video hier ansehen. Ja, hier wird immer darüber nachgedacht, über die letzten Tage, die Herr Bundeskanzler Nehammer hier sich von seiner besten Seite gezeigt hat, nämlich nicht. Und es darf natürlich auch nicht wahr sein, dass ihm die Viren egal sind. Und das macht irgendwie da den Anschein, als ob der Bundeskanzler jetzt schon die Pandemie für beendet erklärt hat. Aber das ist leider nicht so. Also heißt das Bustekuchen, weil die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und da kann sich ein Bundeskanzler Nehammer hundertmal die Frage stellen, warum man so einen Unsinn macht. Und dann ist noch ein wenig zu klären, warum eigentlich ein Bundeskanzler hier so eine Show abzieht. Weil es kann definitiv nicht wahr sein, dass er sich so aufführt, als ob die Pandemie längst Geschichte wäre. Ist aber leider nicht so, weil die Pandemie mittendrin, würde ich noch sagen. Und lieber Herr Bundeskanzler, das ist nicht in Ordnung, was Sie da gemacht haben. Das ist rücksichtslos, was Sie gemacht haben. Und das ist aufs Schärfste zu kritisieren. Dann würde ich einmal sagen, in diesem Sinne sei einmal gesagt Danke und auf Wiederschauen.